Okay, wir beweisen mal einen Satz mithilfe unserer gerade definierten Geobase. Wir haben jetzt eine Geobase definiert, unsere grundlegenden Begriffe und Axiomen und Sätze, die wir voraussetzen im Rahmen unserer Veranstaltung. Und jetzt beweisen wir was. Und wir wollen beweisen, beim Beweisen immer wissen, was wir verwenden als Voraussetzung. Und deswegen war ganz gut, dass wir mal festgelegt haben, welche Begriffe setzen wir voraus. So, und nochmal zur Erinnerung. Hier habe ich so ein paar Sätze, die wir voraussetzen, Axiome und Sätze. Wir hatten noch ein paar andere Axiome, die zeige ich jetzt hier nicht, das ist ein separates Video. Aber hier, die sind jetzt gleich wichtig für das, was wir machen. Okay, so, und was wollen wir beweisen? Wir haben hier Winkelzeugs vorausgesetzt, nämlich Nebenwinkel ergänzen sich zu 180 Grad und Stufenwinkel sind gleich groß. Das setzen wir mal voraus. Und jetzt wollen wir etwas beweisen. Nämlich... So, das sieht ja schon perfekt da, sehr schön. Wir wollen jetzt beweisen, dass Scheitelwinkel gleich groß sind. Also, was ist zu zeigen? Scheitelwinkel sind gleich groß. Scheitelwinkel sind gleich groß. Okay. Vielleicht müssen wir erst nochmal erklären, was Scheitelwinkel sind. Also, was man bei so einem geometrischen Beweis immer macht oder machen sollte, ist... Na, also auch heute kann die Kamera sich nicht so gut einstellen. Ist, dass man erstmal... ...eine Skizze macht. Ich mache mal das Licht an, vielleicht hilft das ein bisschen. Jetzt spiegelt es sich zwar im Geodreieck, aber naja, gut. Also, man macht immer erstmal eine Zeichnung, bei der man... ...an der man sieht... ...oder an der man auch Objekte bezeichnen kann, die man im Beweis verwendet. So. Okay. So. Also. Angenommen, wir haben hier den Winkel Alpha. Was wäre denn der Scheitelwinkel zu Alpha? Kann mal jemand versuchen, das zu formulieren? Okay. Was ist der Scheitelwinkel zu Alpha? Weiß es jemand? Weiß es jemand? Der gegenüberliegende Winkel, Marius. Genau. Der gegenüberliegende Winkel hier an der Kreuzung sozusagen, der beiden sich schneiden, geraden. Und den nenne ich jetzt mal Beta. Okay. Den nenne ich Beta. Also. Letzten Endes ist zu zeigen. Ich schreibe das hier nochmal hin. Jetzt anhand der Grafik. Alpha gleich Beta. Also die beiden Winkel sind gleich groß. So wollen wir das bezeichnen. Gut. Wie können wir das beweisen? Hat jemand eine Idee? Ich zeige nochmal das, was wir wissen. Das ist unsere Geobase. Wir wissen etwas über Nebenwinkel. Die ergänzen sich zu 180 Grad und über Stufenwinkel. Können wir da hier was verwenden? Hat jemand eine Idee? Marius, mithilfe der Nebenwinkel, die sich zu 180 Grad ergänzen. Das ist doch eine gute Idee. Das könnten wir ja vielleicht mal probieren. Also vielleicht nehmen wir mal diesen Winkel hier hinzu. Den nennen wir mal Gamma. Und jetzt wissen wir ja, durch unser Axiom W1, Nebenwinkel ergänzt sich zu 180 Grad, dass was gilt? Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Alpha plus Gamma gleich 180 Grad. Und wir machen die Beweise als sogenannte Zwei-Spalten-Beweise. Und zwar immer so eine schöne Tabelle hier ziehen. Wir schreiben uns immer auf, was wir wissen, den Schritt und die Begründung, warum wir das wissen. Und wir haben noch so eine Nummer, dass wir uns auf die einzelnen Zeilen beziehen können. Genau, Chris, du siehst es schon, worauf es hinausläuft. Du hast den Beweis schon hier praktisch in eine Zeile geschrieben. Wir machen es nochmal Schritt für Schritt. Ja, also wir wissen Alpha gleich Gamma. Das ist unsere erste Zeile. Wir wissen Alpha gleich Gamma. Warum wissen wir das? Wegen dem Axiom W1. Da schreibe ich jetzt hier hin, W1. Nebenwinkel ergänzen sich zu 180 Grad. Und deswegen wissen wir Alpha gleich Gamma. Chris hat auch schon richtig gesagt. Beta plus Gamma ist auch gleich 180 Grad. Beta. Entschuldigung, das ist nicht Alpha gleich Gamma, um Gottes Willen. Alpha plus Gamma gleich 180 Grad. Keiner bemerkt. High Five. So, Beta plus Gamma ist auch gleich 180 Grad. Mit demselben Axiom. Also wir wissen, die Nebenwinkel ergänzen sich zu 180 Grad. Also wissen wir Alpha plus Gamma gleich 180 Grad. Und Beta plus Gamma auch gleich 180 Grad. So, was wissen wir jetzt? Was können wir als nächstes machen? Was können wir mit diesen beiden Erkenntnissen machen, die wir aus dem Axiom W1 gewonnen haben? Subtrahieren von Gamma. Ah ja, okay, das können wir machen, ne? Gleichungen subtrahieren. Gleichungen voneinander subtrahieren. Könnte man machen, genau. Subtrahieren von Gamma wäre eine Möglichkeit. Genau. Alpha gleich Beta, da wollen wir natürlich hinaus, ne? Das können wir jetzt, also die ExpertInnen unter euch sehen das schon, genau. Aus zwei Volt Gamma ist gleich 180 Grad minus Beta, könnte man in eins einsetzen, genau. Also wir haben, ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten gelernt, wir haben hier einfach Gleichungssystem, ein Gleichungssystem aus zwei Gleichungen. Und das können wir ja sozusagen miteinander verarbeiten, auf unterschiedliche Art und Weise, ne? Also wir könnten jetzt die zweite Gleichung nach Gamma auflösen und die erste einsetzen, wir könnten die Gleichung voneinander subtrahieren und so weiter. Und wir können sie aber auch gleich gleichsetzen, ne? Also wir können ja sagen, da beide Gleichungen 180 Grad sind, gilt auch Alpha plus Gamma gleich Beta plus Gamma. Und zwar mit der Begründung 1 und 2. Die Zeilen 1 und 2 sind die Begründung dafür, dass wir diese Gleichung aufschreiben dürfen. Alpha plus Gamma gleich Beta plus Gamma. Ja, und jetzt können wir das machen, was auch schon vorgeschlagen wurde. Wir können auf beiden Seiten Gamma subtrahieren. Also folgt Alpha gleich Beta aus Gleichung 3 oder aus Nummer 3, aus Zeile 3. Ja, und das war zu zeigen. Alpha gleich Beta war zu zeigen. Also QED. Beweis geführt. Sehr schön. An dem Beweis, was ist natürlich ein kleiner, schnuckliger Beweis, kann man aber sehr schön nochmal sehen, wie so ein Beweis funktioniert. Und alle Beweise, die wir jetzt machen, diese Woche, die sind so zu führen. Also man macht eine Zeichnung, da kann man, in der Zeichnung kann man bestimmte Dinge sehen, beziehungsweise die Objekte bezeichnen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Dass ich hier die Winkel bezeichne, Alpha, Beta, damit ich überhaupt weiß, was meine ich hier mit Alpha und Beta und so weiter. Die kann ich sozusagen die einzelnen Objekte bezeichnen und dann verwenden in dem Beweis. Und den Beweis führen wir als Zwei-Spalten-Beweis. Das sind eigentlich drei Spalten hier, aber egal. Das sind zwei Spalten-Beweise. Man hat hier einen Schritt und eine Begründung. Und jeder Schritt muss begründet werden. Und ich will jetzt, das Ziel ist zu zeigen, dass diese beiden Winkel gleich sind. Und ich gehe über einen Zwischenwinkel, Gamma sozusagen, ja, und verwende den Nebenwinkelsatz. Und das Nebenwinkelsatz bei uns in dem Fall, dass sich Nebenwinkel zu 180 Grad ergänzen, W1. Alpha plus Gamma ist gleich 180 Grad. Verwenden wir unser Axiom W1. Beta plus Gamma können wir das Gleiche machen. Und dann werden einfach nur noch algebraische Umformungen gemacht, auf der Basis dessen, was wir vorher hier herausgefunden hatten. Und da werden eben die vorhergehenden Zeilen als Begründung verwendet, dass man die jeweiligen Dinge machen kann. So, und am Ende steht, dass da was zu zeigen war. Alpha gleich Beta. Beweis geführt. Wunderbar. Jemand noch Fragen zu dem Beweis? Ich habe gleich noch einen zweiten mitgebracht. Okay. Okay.